Wie kann man den Verlauf des statischen Momentes in Dynku darstellen? Wie letztes Mal klicke ich auf Querschnitt einfügen. Dann gebe ich das symmetrische Profil mit den folgenden Abmessungen ein. Wir klicken auf Enter und legen den Schwerpunkt einfach auf das gegebene Koordinatensystem. Hier seht ihr wieder die Werte wie Sy. Damit man das besser sehen kann, klicke ich einfach oben auf Ergebnisse als ISO-Flächen und dann auf Aus. Bei Y habt ihr die Ordinaten minus 400 und plus 400. Bei Z stehen die Ordinaten von minus 450 bis plus 450. Das heißt, diese beziehen sich auf die Profil-Mittelachsen. Wie gesagt, Sy bezieht sich auf den Verlauf der Z-Ordinate. Deswegen ist bei Z gleich 0 der maximale Wert im statischen Moment Sy. Das liegt genau in der Stegmitte. Damit ihr auch das besser sehen könnt, müsst ihr jetzt bei den Ergebnissen die Schaltfläche orthogonale Ergebnisverläufe klicken. So sieht man das Maximum von minus 44.000 Kubikzentimeter genau in der Profilmitte. Das Vorzeichen stimmt aber beim ersten Mal nicht. Wieso müssen alle Verläufe negativ sein, wenn die Z-Ordinaten nur nach oben negativ sind? Es liegt an der Orientierung der einzelnen Elemente. Wir müssen genau wie beim händischen Verfahren auch hier diese S-Verläufe sinnvoll festlegen. Dafür klicken wir auf das Profil in Elemente zerlegen. Danach können wir die einzelnen Teile sinnvoll orientieren. Mit Rechtsklick auf Elementorientierung umkehren fangen wir also mit der linken Seite des unteren Flansches an. Danach weiter mit der rechten Seite und das gleiche überall wie in der Skizze. Schließlich bekommen wir die gleichen Vorzeichen wie im händischen Verfahren. Das gleiche wurde auch für SZ eingestellt. Mir ist noch eingefallen, dass die Werte im Flansch noch nicht genau übereinstimmen. Wieso? Wie man sieht, ist im Stegflanschanschluss eine doppelte Fläche zustande gekommen. Diese Überlappung versetzt auch unsere Ergebnisse. Um sie schnell beheben zu können, setzen wir einfach zwei Knoten genau in der Verbindung oben und unten ein. Dann verbinden wir diese Elemente durch den oberen Knopf. Somit kann ich diese Überlappungen oben und unten anklicken und die jeweiligen Dicken auf 0 setzen. Jetzt können wir wieder berechnen und wählen dieselben Werte, die wir überprüfen wollten. SZ beträgt also 18.000 in der Flanschmitte und 36.000 Kubikzentimeter am Stegeanfang. Auf diese unkomplizierte Art und Weise können weitere Querschnittswerte in Dünnkuh berechnet werden. Auf diese unkomplizierte Art und Weise können wir weitergeben. Und die Werte im Stegflanschmitte und die Dingsloggerung im Stegflanschmitte und die Dünnkuh berechnet werden. Die Dünnkuh berechnet werden wieder einmal dumm. Auf die diese unkomplizierte Art und Weise schön, falls mal dafür sind wir wieder. Vielen Dank.